Die Änderung der Orientierung oder der Richtung, in die sich die Maschine bewegt hat. Er fährt ruhig und stabil, mit gutem Abstand. Okay, die nächste Maschine ist hier, auf A. Die nächste ist der Wettbewerb von Rodeo, auf A. Der Wettbewerb von Rodeo, auf A. Und auf B, der nächste ist der Wettbewerb von Rodeo, auf A. So auf B, der Wettbewerb von Rodeo kommt mit der Maschine. Und der Wettbewerb von Rodeo, hier auf A, ist die nächste Maschine. Der Wettbewerb von Rodeo ist hier. Die ist leer und es ist leer, dass die Maschine eine kleine Maschine macht. Und der Wettbewerb von Rodeo ist eine kleine Maschine. Und der Karte ist hier oben und immer noch los. Die Maschine ist dort auf A. Einmal das Wasser verbaut und auf jeden Fall. Etwas, auch ein Aufmerksamkeit ist, wo man den Knopf befindet. Und und das gibt es das erste, die Maschine. Ja, ja, das ist gut. Okay, wir hier, die uns. Stopp. Das ist sehr, sehr gut. Ich bin ja auch für Spitzkart. Ja, ja, ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.